Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's wieder euer HeadBenjamin und ihr seht hier bei einem weiteren Part meines Resident Evil 5 Let's Play's im Korb mit meinem Bruder. Weiter geht's hier auf dem Schiff. So. Ja, mach mal die Tür auf hier, ne? Ja, warte mal, ähm. Wolltest du nicht noch irgendwas machen? Gib mir mal deine Gewehr, damit ich immer nach Platz mache. Okay, ich geb dir mal die Gewehrmonie. Dann kannst du das mal eben durchladen. Weil so ein bisschen Teamwork müssen wir doch schon machen. Na ja, wärst du jetzt nett, würdest du mir auch mal ein bisschen Schrot geben. Bisschen Schrot? Ja, die ist auch ganz leer. Och, Junge, Alter, ich muss dir hier alles geben. Ja, toll. Ja, du Arschloch, reiweißer. Dann gib mir mal Pistole. Ja, wir haben auch nicht mehr so viel. Ja, ja, komm. Was hab ich denn jetzt gegeben? Die Schrot wieder. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, soll ich dir jetzt geben? Ach, scheiße. Also, ich lad die mal eben nach. Was hab ich hier? Das Ding. 29 Schuss hab ich noch. Okay, wir gehen einfach mal rein. Die findet man hier oft. Kannst du die das nächste Mal mal aufsammeln? So, gucken wir mal hier. Denk dann halt doch mal nach irgendwelchen Notizen ausschauen. Maschinengewehrmunition. Braucht man auch. Ach, ich kann das Kraut jetzt nicht mal mitnehmen. Kann man das nicht direkt verwenden? Never. Das geht nicht. Nimm du mal eben die Handgranate. Junge, ich hätte das Kraut genommen. Junge, ich baste immer irgendwas. Einmal kombinieren. Kannst du mir ja wieder zurückgeben, wenn du nicht haben willst. Ich bin die Maschinenpistole bin. So. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir so eine kugelsichere Weste hole. Weil jetzt gegen Ende wird es ja doch eigentlich ziemlich rabiat. Pistolen, die bräuchte ich eigentlich. Aber wegen dem Scheiß... Wegen der... Dann schmeiß ich schnell Granate weg. Die gebe ich dir. Ja, was will ich damit? Nimm die Granate. Nein. Komm mal her. Nein. Ich will die nicht. Ja, wenn du sie... Auch gleich... Dann schmeißt du eh daneben. Wenn du gleich beim nächsten Gegner wegschmeißt. Ist doch scheißegal. Solange du nichts anderes wegschmeißen musst, kannst du es doch mitnehmen. Jetzt geht es nämlich gleich wieder rund, so wie ich das hier sehe. Ich bin schneller. So. Oh Gott, was ist denn hier drin? Nein, Maschinen. Brauchst du? Ja. Okay, aber ich behalte mich an das. Gewehr. Geld. Was hast du da hinten noch gehabt? Nicht, nicht. Da lacht doch irgend noch was. Nein, nein. Okay. Ja, wolltest du das Ding jetzt mitnehmen, oder nicht? Kann ich ja nicht, wie eine Granate. So. Jetbreaker? Ah, das ist ein Shotgun. Ach so, sind die Verbesserte. Oh, das ist hier... Oh, halbautomatische. Das ist der Knüppel. Mal gucken. Freeze! Was ist passiert hier? Nichts, was sich an die beiden von dir beschäftigt. Wir geben dir keine Option. Jetzt schau es aus. Sag uns, was wir wollen wissen, wenn du nicht hörst. Wo ist Wesker? Wenn du dich selbst behalten kannst, dann vielleicht erzähle ich dir. Was ist es? Was ist das? Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Das ist schwer. Was ist das? Ja, was ist das wohl? Äh, wolltest du dann die Shotgun haben? Die ich hier gefunden hab? Ey, lass mir die! Du Sack! Das kann ich jetzt auch mal machen. Ja, ich hab aber da ja nichts mehr. Ich klaue jetzt alles. Warte, schon wieder diese Blumen. An denen kann man doch gar nicht so lange herumfahren. Ich weiß nicht, hier die Granate am Kopf gleich. Warte, hier ist noch ne Pflanze. Was wolltest du haben? Ich kenn ja nix mehr! Fick mit dem Kack-Ding, ohne Witz! Ja, wolltest du meine Granate haben? Äh, meine Shotgun haben? Dann baller du deine erstmal leer und nimm das Kraut. So, ich muss jetzt, glaub ich, hier erstmal lesen. Ey, du hast doch meine, glaub ich, gar nicht aufgewertet, oder? Er ist angeschossen, funktioniert aber nicht. Wahrscheinlich ist er gesperrt. So, mal gucken, was hier wieder Schönes zu lesen gibt. Tagebuch des Tricell-Forschers Miguel, Nr. 2 8. Mai. Momentan abarbeiten wir an der Entwicklung eines Virus, das das Potenzial der G- und T-Veronica-Viren noch übertreffen soll. Wir müssen extreme Mutationen, geistige Verkümmerung und die Instabilität des Virus verhindern. Uns wurde gesagt, dass wir uns keine Sorgen um die Abstoßraten machen sollen, aber selbst die Lösung dieser drei Probleme stellt eine Herausforderung dar. Natürlich ist das nur für normale Forscher ein Problem. Ich stehe schon kurz vor der Lösung weiterer Probleme, aber das dritte ist etwas schwieriger, also werde ich wohl Alternativen ausprobieren müssen. Manchmal bin ich von meiner eigenen Genialität überrascht. Tricell kann sich glücklich schätzen, einen so intelligenten Mitarbeiter wie mich zu beschäftigen. Junge, ist ja gar nicht hier. Geht da jetzt an hier? Liegt hier noch irgendwas rum? Nö. Wenn du die Shotgun willst, dann baller deine leer. Ja, ist er denn meine verstärkt? Nein, ich meine die, die ich jetzt hier habe. Die kannst du dann haben. Mal gucken. Jetzt ist dein Kackarm im Weg. Ja, sieh zu. Was ist denn hier noch? Was ist das denn da hinten? Ist das was? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Deckung. Deckung ist schon mal gut. Ähm. Oh, ich sehe nichts. Du? Ey, was würdest du mit 60 Gewehr-Munitionen? Kannst du mir mal was abgeben, ey, du sagst. Chill dich mal eben. Gib mir mal was ab da vorne. Ja, warte doch. Nicht im Cut-Sins-Laber. Du guckst es. Lenk den mal ab da oben, den Blödmann. Was schießt du jetzt? Haha. Da sind mehrere, ne? Wo schieb ich denn hin? Oh, ey. Oh, ey. Okay. Am besten gehe ich mal ein Stück nach rechts. Dann kann man das nämlich ein bisschen besser aufteilen. Ja, da oben ist weg. Okay. Gucke ich mal hier unten. Lol. Der eine stirbt dahinter und der nicht, oder was? Ja, stimmt. Ich habe richtig viele Gewehr-Munitionen. Ja. Aber ich brauche sie auch. Jetzt gib mal einen Haufen. Geier, ey. Dann komm her. So. Ich habe gar nichts mehr. Da. Ja. Wort sehen. Ja. Mehr konnte ich jetzt nicht geben. Jetzt sieh zu. Oh Gott, ich muss in Deckung. Ne, warte. Das sag ich mal, ne? Zack. So. Nachladen. Komm her. Junge. Was macht ihr da rausgemacht? Ein Schwingelmann. Oh, hab ich denn jetzt in den Arm geballert? Was sollst du wegballern? Genau. Der ballert immer noch. Ohne Kopfhör, das war auch interessant irgendwie so ein bisschen mit anzusehen. Pass mal auf, dass links keiner kommt. Ich habe schon geregelt. Okay. Ich habe da nur noch so einen Schwingelmann dagelassen. Okay. So. Vier Schuss? Weil ich jetzt richtig mitgezählt habe. Okay. Ich glaube hier ist keiner mehr, oder? Ich sehe gerade auch keinen. Soll mal einer runtergehen? Wer hat mehr Schrot? Ich oder du? Du. Dann nehme ich das Ding mal. Probier ich das mal aus. Ich gebe die Rückendeckung. Ja, mach das. Mit mal ein paar Schoß. So. Okay. Muss erst mal ein bisschen gucken. Das ist ein Kraut. Maschinen? Toll. Ja, das Kraut, das habe ich in der Cutscene schon gesehen. Da war ich schon angefixt. Irgendwo kommt... Warte mal nicht, dass hier bei mir welche kommt. Ja. Ja. Bei dir? Ja. Aua. Ja, lass dich nicht erwischen da jetzt. Ich weiß nicht, wie ich getroffen wurde. Keine Ahnung. Erst wird die Beine wegfetzen. Die sind tot. Die haben sich glaube ich selber in der Luft gejagt. Ja, super. Ähm, ich muss glaube ich mal ein bisschen eben nach hinten gehen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den in der Kiste da, den mache ich mir eben. Den da in dem Container. Komm du Sack. Mach den mal eben hier. Oh Gott. Falscher Knopf. Mach den mal eben. Geht nicht, weil ihr unter mir seid. Oh. 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 Oh Gott, ich werde hier gerade von hinten zerballert. Komm her. Die mit ihrem scheiß Maschinengewehrdingen immer. Ach, da bist du. Ich weiß... Diese... Geh mal nach hinten. Siehle, ich habe geregelt. Warte, der Heddy hat nichts mehr zum Heilen außer ein Kraut. Okay. Dann nimm du das Kraut mal mit, was da steht. Was wärst du ohne mich? Besser du. Gut, dann lehn ich mich jetzt zurück und mache alleine. Ja, du machst zurück und... Du lehnst dich zurück und machst alleine, genau. Du machst alleine. Warte, hier kommt noch einer. Warte mal, diese Sau hole ich da hinten weg. Der geht mir auf den Sand. Oder mache ich den da oben erstmal? Ach, der hat eine Maske. Ja, wie bist du denn? Achso, auf den Granatengürtel zielen. Warte mal, wo ist der? Da? Ne, das sind Granaten. Da! Ne, das bist du. Wo ist der denn? Ach, hier. Ach, die kommt noch aus der Luche raus. Ja, ja. Oh, bitte, bitte. Oh, oh, aua. Komm her. Oh, ey, wie viel frisst das Ding denn? Oh Gott. Scheiß Viecher. Kann man jetzt so viel brauchen? Warst du unten schon? Ja. So. Geh mal nach unten. Da gibt's für bestimmte Lecker. Hier sind Granaten. Oh, die hast du schon, oder was? Ne. Wo standen die denn? Ich hab die doch hier gesehen. Okay. Da kommt doch vielleicht, die ist auf jeden Fall... Oh! Oh, ich geh mal runter. Ähm. Das war dumm. Da steht schon einer direkt. Scheiße. Hä? Weg. Weg. Müssen wir da unten lang, oder was? Ja, ich denk mal, um auf die andere Seite... Achso, hier ist zu. Ja, das hab ich jetzt nicht gesehen. Okay. Komm ich mal mit runter. Das hab ich nicht gesehen. Okay, hier ist zu. Hier hast du jetzt alles fertig, oder? Wow. Da ist noch einer. Weg. Tampen-Ürü-Bü-Düs, ey. Der schwengelt noch. Nur ein Toter-Ürü-Bü-Dü ist ein guter Ürü-Bü-Dü. Gitter. Achso. So. Der Pumpkan regelt. Viele Hände. Was lässt er fallen? Gar nix. Arschloch da ist er. Gegen die Wand. Ich glaub, hier kommt jetzt nichts... Doch. Ei. Messer den weg. Ja, das ist deiner. Sack. Oh, Stampfer. Oh nein, doch nicht. Komm. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Geh hoch einfach, geh hoch. Nein. Ja, lock mal weg, dann komm ich von hinten. Ja, mal hinten. Schafen dorthin hier. Hex mehr. Ja, da kann ich jetzt nix machen. Ich habe auch nicht getroffen. Ah, das muss doch jetzt nicht sein, hier. Jetzt schieß. Wieso schifft es mich da durch, wo? Das ist natürlich der Durchgang, das ist mein Problem. Ja, toll, der hat nur Geld da gelassen, das Arschloch. Okay, gehen wir hoch. Ja, jetzt wird's lustig, ne? Ja, stimmt. Wir können ja leider nicht fliehen. Da hinten ist ein Tank, das sehe ich schon mal. Oder eine Mine. Ich gehe mal eben ein Stück nach hinten hier. Kann man hoch? Ach, das war das hier. Ah, okay. Oh, Kraut. Oh. Hä? Ich habe noch ein grünes. Kann man tauschen? Ja, erstmal tauschen. Ja. Gib mir das. Ne geben. Weil meins, das, was ich dir gegeben habe, das war schon eine doppelte. Ach so. Jetzt kannst du mir das wiedergeben. Weil, ne, du hast auch nichts mehr zu... Hab auch nichts mehr. Ja, dann behalte das. Hast du die Brandgranaten eingesammelt? Nein, die liegen ja noch. Ach, da liegen die. Okay. Ja, weil... Oh, ne, schieße ich hier auf die Dinger. Weil ich habe vorhin da drauf gezielt. Und, naja. Ich gehe mal hier hoch. Jo, ich gehe mal, ups. Ja, du gehst mal, ups. Das ist der Mega-Ödelbüde. Das ist der Gatling-Ödelbüde, ey. Scheiße. Hier oben ist noch ein Kraut. Das lasse ich mal hier stehen. Boots. Ähm, der hätte hier gemacht... Beide dich, der kommt zu mir. Ich kann nicht weg. Wo bist du? Oh Gott. Habe ich ihn getroffen? Ja. Dann noch einer. Dann nehme ich das Kraut direkt mit. Lehne mich hier an die Wand. Oh, jetzt schmeißt er was zurück. Oh, mir? Nein, zu mir. Aua. Äh. Wo bist du? Ja, und? Oh, der kommt zu mir. Jetzt hat er mir eine gegeben. Ja, wer ist wieder gestorben? Ja, weil du da oben feige weggerannt bist. Du batzen. Du marf. Ähm. Dann nehmen wir noch ein Spray mit. Ja, besser ist das, ne? Ja, warte mal. Dann nehme ich dir auch mal ein Spray mit. Dann nimmst du die Granate. Ja, geh mal von dem Spray runter. Ja, okay. Ne, warte mal. Ja, mach was du willst. Oh, Schrot. Scheiße, was er macht. Ja, warte mal. Dann lass mich mal nachladen. Damit. So, hier. Ja. Geiler. Aber es ist gut, wenn wir auch ein bisschen Munition weglegen. Für später. Ja, ähm. Ja, dann nimm du die Granaten nochmal da hinten. Ach ja, komm. Naja, jetzt bin ich voll. Die Granaten waren gut. Dann nehmen das Spray um uns zu heilen. Wir sind doch... Oder werf die Schrot weg. Oh Gott. Ähm. Wir machen das. Äh, jetzt. Da schmeißt dir wieder was. Ähm, geh mal da. Lock den mal da hin zu dem Ding. Zu dem Kanister da. Ja, der kommt doch jetzt sowieso da lang. Jetzt hat's geknallt. Wo ist er denn? Oh Gott. Komm her. Mal gucken, wer schafft den Deckel abzuschießen. Oh. Geschafft. Ja, das tat weh, aber Freundchen. Oh. Ich hoffe, keine anderen kommen jetzt und nerven mich hier. Lad mal nach. Er schmeißt mal ne Granat oder so. Ich hab keine Granaten. Kannst du ihn mal boxen, wenn man, oder? Nein. Wie frisst der denn? Hauptsache es kommt jetzt kein anderer. Ne, es war nur er. Okay. Sag mal, wie... So, ich lad nach. Das funktioniert so aber gut. Ja, ich lad nach. Ich lad. Ach du... Jedes Mal nach. Also nach zwei Schuss macht er das immer, oder was? Okay, eins. Oh Gott. Der schmeißt Granate. Ja, damit hat er mich auch gerade. Sag mal, wie viel frisst der denn? Warte mal, ich schnapp mit meinem Tier die Granaten. Das macht ja doch ein bisschen Spaß, aber... Da liegt ne Mine. Ja, die nehm ich jetzt, aber... Pass auf. Sag mal, kann der jetzt mal bitte... Schmeiß sie. Langsam wird's kritisch. Aua. Oh. Ja, irgendwie müssen wir uns jetzt mal ein bisschen arrang... Oh Gott. Ich geh mal hoch. Dann renn du gleich nach unten. Weil ich weiß jetzt nicht, wo der hingeht. Wo ist der? Der ist bei dir, oder? Fuck, 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 fuck. Ich muss auch hoch. Ich hab sonst ja keine Möglichkeit. Ja, dann... Ah, wie viel er aushält. Auch ein Kraut. Ne, das kannst du mal mitnehmen. Ich muss das nehmen direkt. Oh, dann nehmen wir das. Wo ist der? Kommt der hoch? Ja, wenn, dann hab ich keinen. Oder wo ist der? Da steht noch ein Kraut. Ich loote mal im Kili-Kiste. Ich weiß nicht, wo der ist. Doch, da oben. Oh Gott. Also, ich hab keinen Schnaiper mehr, ne? Hast du... Granaten? Ne. Ich treff noch nicht mal. Ich treff noch nicht mal. Ich treffe ich mit einer Magnum? Warte mal. Oh Gott. Der nervt mich ja. Ich bin ja betroffen. Ne, die hat mal das zu wissen. Ich kann seinen Kopf, glaube ich, nicht so wirklich treffen von ihr. Ja, aber solange der auf sie schießt, treffe ich immer. Na, okay. Äh, 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 geht auf mich. Okay, weiter kann ich nicht, ne? Ja. Ich will nicht daneben schießen. Oh Gott. Mit der Magnum. Ich hab ihn getkilled. Der ist gestolpert. Der ist gestolpert, ja. Schlüsselkarte A. Das heißt, es wird nichts Gutes passieren hier. Und der B. Ach so, okay. Warst du schon hier unten? Und der sind hergekommen, wo? Ja. Maul. Ähm. Ja, so eine Mine. Ne, brauche ich nicht, die Scheiße. Nicht der sonst noch? Ach, guck mal hier. Ähm. Ja, sind wir gut geheilt? Und alles nachher? Hast du noch Platz? Eins. Dann komm mal eben her. Dann gebe ich dem eben mein Kraut und dann halten wir uns mit dem Einfachen. Och, verdammt. Ja, muss man ja immer. Ja, wir müssen schon unsere Ressourcen hier nutzen. So. Dann nehm ich mir mit. Bleib hier. Ja, bleib doch mal hier, du Sack. So. Jetzt kannst du mir das wiedergeben. Ja, erstmal loben. Danke, dass du mich schlägst. Okay, jetzt habe ich da so viel, so viel. So. Ähm. Wo geht's denn jetzt lang? Schlag dich nur, weil du es verdient hast. Ja. Genau. Gehen wir mal hier noch weiter. Ich denke mal, ein, zwei Räume dürfen wir noch schaffen. Oder was kam jetzt? Oh Gott. Gehen Deckung sofort, ey. Die Raketenwerfer-Öde-Bürüsse. Ähm. Oh, da ist Loot. Ich sehe gar nichts. Ich kann nicht widerstehen, ich muss es machen. Okay, da ist der. Das sind zwei. Bleib unten. Ja, ich looche, ne? Der eine geht hoch. Okay, er schießt. Gold. Er muss noch schießen. Pistolenmunition. So. Der hat einen Helm auf dem Kopf, ne? Oh Gott. Ja, das ist mit dem Schusssicheren. Das ist ein bisschen scheiße. Mach du denn rechts mal. Wo ist der andere? Da oben. Komm her. Ach Mann. Wer war das? Leiner. Jetzt aufpassen. Wo ist der? Ich sehe hier noch einen. Oh, die Dinger gehen kaputt. Ja. Das ist nicht gut. Ähm, 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 ähm. Wo ist der andere? Unten ist der irgendwo. Oh Gott, warte. Der ist kaputt. Wo ist der andere? Hier bei mir, hier oben, hier direkt. Ich sehe nichts. Mach du mal weg. Wo ist der denn da? Da. Ich muss looten. Ja, du sagst ja, ist ein. Ja, Gewehr und so lag da rum. Guck mal, ich habe geregelt. Ja, toll. Ich bin jetzt leer mit dem Sniper, weißt du. Wo es vorhin auch hieß, ja, du hast so viel davon. Ey, meine Magnum, Junge. Ist doch scheißegal. Kannst du doch gar nicht haben. Scheiße, ey. Das nervt mich jetzt. Oh, kannst du doch nicht. Ja, komm her. Ja, komm her, dann halte ich mich. Ja, war jetzt nicht so viel, aber. Besser als nichts. Ähm. Also, Schrot habe ich noch gut. Pistole habe ich 30. Gewehr ist leer. Äh, Granatwerfer 10. Also, Pistole und Gewehr wäre nicht schlecht. Goldkette. Pistole, okay. Schon mal reingemacht. Ja, stimmt. Die Raketenwerfer-Fuzzis lassen so Goldkettchen liegen, oder? Ja, beide. Die kann man natürlich wieder schön verkaufen. Es müsste aber mehr gewesen sein. Drei mindestens. Von den Affen. Oder? War da nichts? Ne. Was stand da? Ach, Spring. Ähm. Okay, die Partzeit ist ja gut. Wir gehen noch bis zur Tür. Dann machen wir mal einen kleinen Cut. Das ist toll. Hier liegt auch gar nichts rum. Ja, ich denke mal. Ja, machen wir mal einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier bei Resident Evil 5, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch einfach beim nächsten Part wieder reinschauen würdet. Bis dann, meine Freunde. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.